John hat letzte Woche gefragt, was zum Teufel bedeutet ausmachen eigentlich? Dieses Verb bereitet mir seit langem einige Schwierigkeiten. Die Frage ist super. Ausmachen hat nämlich viele unterschiedliche Bedeutungen, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Eine umgangssprachliche Bedeutung von ausmachen, die ihr bestimmt alle kennt, ist ein Gerät ausschalten. Wir können zum Beispiel den Fernseher ausmachen oder die Heizung ausmachen. Man sagt das auch, wenn man ein Feuer löscht oder ein Licht ausschaltet. Also zum Beispiel, machst du bitte das Licht aus? Oder er hat seine Zigarette ausgemacht. Oder mach die Kerzen aus, wenn du schlafen gehst. Die Gegenteile von ausmachen in dieser Bedeutung sind anmachen, einschalten und, wenn wir von Feuer sprechen, anzünden. Jemandem etwas ausmachen bedeutet, jemanden stören oder jemandem Mühe machen. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Es macht mir nichts aus, heute einkaufen zu gehen. Damit sage ich, es ist keine Mühe für mich, heute einkaufen zu gehen. Es ist kein Problem für mich. Es stört mich nicht. Ich mache das gerne. Paul macht es nichts aus, jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit zu fahren. Also, Paul stört es nicht, dass er jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit fahren muss. Das ist okay für ihn. Und? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich das Fenster öffne? Das bedeutet, stört es dich, wenn ich das Fenster öffne? Ist es okay für dich, wenn ich das Fenster öffne? Oder ist dir dann zu kalt? Wir verwenden das Verb ausmachen in der Umgangssprache auch, wenn wir einen Termin vereinbaren. Zum Beispiel, ich habe für nächste Woche einen Termin beim Zahnarzt ausgemacht. Also, ich habe für nächste Woche einen Termin beim Zahnarzt vereinbart. Oder, ich muss noch einen Termin beim Friseur ausmachen. Ganz oft sagt man hier aber auch einfach nur machen. Also, zum Beispiel, ich muss noch einen Termin beim Friseur machen. Das bedeutet das Gleiche und ist auch umgangssprachlich. Ausmachen sagt man aber nicht nur, wenn man einen Termin mit jemandem vereinbart. Auch bei anderen Angelegenheiten, die man mit jemandem verabredet oder abspricht, sagen wir ausmachen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich habe mit Monika ausgemacht, dass wir morgen zusammen zur Arbeit fahren. Das bedeutet einfach, ich habe mit Monika vereinbart, dass wir zusammen zur Arbeit fahren. Wir haben das so verabredet. Das ist unser gemeinsamer Plan. Oder, ich treffe mich morgen mit Anne, aber wir müssen noch einen Treffpunkt ausmachen. Also, Anne und ich treffen uns morgen, aber wir haben noch keinen Treffpunkt verabredet. Wir haben noch nicht besprochen, wo wir uns treffen. Oder, ich habe mit meinem Mann ausgemacht, dass er mich anruft, wenn er beim Arzt fertig ist. Hier geht es auch wieder um eine Vereinbarung. Mein Mann und ich haben besprochen, dass er mich anruft. Eine besondere Formulierung ist in diesem Zusammenhang noch, etwas unter sich ausmachen. Wenn zwei Personen etwas unter sich ausmachen, dann bedeutet das meistens, dass sie einen Streit klären. Um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu bringen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der Schauspieler Will Smith bei der Oscar-Verleihung seinen Kollegen Chris Rock geschlagen hat. Ein deutscher Oscar-Gewinner hat danach in einem Interview gesagt, Smith und Rock sollten das unter sich ausmachen. Damit sagt er, die beiden sollen das allein klären, im Privaten, nicht in der Öffentlichkeit. Hier ist noch ein Beispiel für diesen Ausdruck. Wenn die Ampeln kaputt sind, müssen die Autofahrer unter sich ausmachen, wer wann fährt. Hier geht es nicht um einen richtigen Streit, den die Autofahrer haben. Aber die Autofahrer müssen sich gemeinsam einigen, wer zuerst fahren darf. Es gibt keine andere Person, keinen Polizist, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Die Autofahrer müssen das selbst klären, indem sie miteinander kommunizieren. Ein Ausdruck, den man häufiger mal hört und liest, ist etwas mit sich selbst ausmachen oder etwas mit sich allein ausmachen. Wenn jemand etwas mit sich selbst ausmacht, dann bedeutet das, dass er oder sie sich ganz alleine mit einem emotionalen Problem oder einem inneren Konflikt beschäftigt, ohne sich Hilfe von anderen Menschen zu suchen. Hier ist ein Beispiel. Männer werden so sozialisiert, dass sie unabhängig sein und alles mit sich allein ausmachen sollen. Also Männer lernen, dass sie unabhängig sein sollen und dass sie ihre Probleme alleine für sich lösen sollen. Sie sollen nicht über ihre Emotionen sprechen oder zeigen, dass sie ein Problem haben. Oder hier. Typisch ist es, dass Kinder, die gemobbt werden, das Problem meist mit sich allein ausmachen. Hier geht es also um Kinder, die gemobbt werden, also sehr stark von anderen Kindern geärgert und ausgegrenzt werden. Und typisch für diese Kinder ist, dass sie niemandem davon erzählen und versuchen, selbst mit dieser schlimmen Situation umzugehen. Für alle Mitglieder von Deutsch mit Rieke habe ich auf meiner Website ein paar Übungen zu dem Verb ausmachen vorbereitet. Den Link findet ihr unten. Und auch wenn ihr mehr über die Mitgliedschaft erfahren möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung. Für die nächste Bedeutung schaut euch mal diesen Satz an. Was macht einen guten Politiker aus? Das bedeutet nichts anderes als, was ist typisch für einen guten Politiker? Was definiert einen guten Politiker? Was macht einen Politiker zu einem guten Politiker? Welche Eigenschaften muss ein guter Politiker haben? Ich kann auch sagen, ihr Humor und ihre Intelligenz machen Jennifer aus. Das bedeutet, ihr Humor und ihre Intelligenz sind die zwei typischen Eigenschaften von Jennifer. Diese Eigenschaften definieren Jennifer als Person. Oder hier wird gefragt, was machte Kafka aus? Also den Schriftsteller Franz Kafka. Und das heißt, was ist typisch für das Werk von Franz Kafka? Die Antwort ist hier, typisch für Kafkas Werke sind eine lineare Erzählführung, eine schnörkelose Sprache, man kann auch sagen, eine klare, deutliche Sprache und eine realistische Darstellung. Ausmachen ist wirklich ein vielfältiges Verb, oder? Und es gibt noch mehr Bedeutungen. Ausmachen kann auch etwas mit Sehen zu tun haben. Schaut mal hier. Der Strand war menschenleer. Nur in weiter Entfernung konnte ich ein paar Personen ausmachen. Das bedeutet, ich war am Strand und es war sonst niemand da. Nur ganz weit weg, in weiter Ferne, konnte ich ein paar Personen erkennen. Etwas oder jemanden ausmachen können bedeutet also, etwas durch genaues Hinsehen in der Ferne erkennen können, etwas nur mit Mühe entdecken können. Ich sehe die Menschen also nicht ganz deutlich, sondern nur ganz klein, in weiter Entfernung. Noch ein Beispiel. Die Fledermäuse sind sehr klein und daher nur schwer auszumachen. Also, die Fledermäuse sind so klein, dass man sie nur ganz schwer erkennen kann. Man muss sich anstrengen, um sie zu sehen. Schauen wir uns als nächstes noch eine umgangssprachliche Verwendung von Ausmachen an. Hier ist ein Beispiel. Die Pflanzen im Wohnzimmer machen viel aus. Das Zimmer wirkt jetzt viel freundlicher als vorher. Die Pflanzen machen viel aus. Was könnte das bedeuten? Man sagt damit, die Pflanzen im Wohnzimmer machen einen großen Unterschied. Im Vergleich zu vorher, als noch keine Pflanzen im Zimmer waren, sieht das Zimmer jetzt viel netter aus. Die Pflanzen haben eine große Wirkung. Noch ein Beispiel. Möchtest du noch einen Apfel essen? Nein, danke. Ich will abnehmen. Na, ein Apfel macht doch nicht viel aus. Also, ein Apfel wirkt sich doch nicht viel auf dein Gewicht aus. Einen Apfel kannst du doch noch essen. Der macht keinen Unterschied. Oder, ein sauberer und ruhiger Arbeitsplatz macht viel aus. Das habe ich in den letzten Monaten im Homeoffice gelernt. Also, in den letzten Monaten habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass der Arbeitsplatz sauber und ruhig ist. Das hat eine große Wirkung auf meine Arbeit. Oder, seitdem Sabine einen neuen Mathelehrer hat, haben sich ihre Noten sehr verbessert. Ja, ein guter Lehrer macht echt viel aus. Das bedeutet, ein guter Lehrer kann echt einen Unterschied machen. Ein guter Lehrer kann bewirken, dass sich die Noten so verbessern. Wir verwenden ausmachen auch, wenn wir über Anteile sprechen, also über Zahlen. Ein Beispiel hier wäre, Frauen machen 50% der deutschen Bevölkerung aus. Und das bedeutet, der Anteil der Frauen an der deutschen Bevölkerung beträgt 50%. Oder ganz einfach gesagt, 50% der deutschen Bevölkerung sind Frauen. Noch ein Beispiel. Apple-Aktien machen die Hälfte meines Depots aus. Ein Depot nennt man auf Deutsch alle Aktien, die man hat. Und wenn Apple-Aktien 50% des Depots ausmachen, dann bedeutet das, die Hälfte meiner Aktien sind Aktien von Apple. Mit Ausmachen drücken wir hier also aus, dass etwas eine bestimmte Menge oder einen Anteil darstellt. Welche dieser Bedeutungen von Ausmachen kanntet ihr schon und welche waren neu für euch? Schreibt mir eure Antwort gerne als Kommentar. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen und sage bis nächste Woche. Macht's gut!